so servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal da ich über das wochenende a nicht zurechnungsfähig war aus privaten gründen b noch krank geworden bin und so weiter und so fort starten wir mit einer relativ sanften news beziehungsweise eine erinnerung in den tag und zwar geht es dabei um captain cracker die belohnung dir jetzt noch über twitch prime amazon prime whatever nennt es wie ihr wollt das ding wenn ihr amazon prime habt die belohnung die ja dann auf twitch bekommt nennen wir es so captain cracker ist nur noch für kurze zeit verfügbar und dementsprechend wenn ihr das ding haben wollt dann solltet ihr jetzt ran gehen dazu als tipp ihr braucht natürlich wie bereits erwähnten amazon prime abonnement verknüpft das mit eurem twitch konto dann könnt ihr den ganzen scheiß kostenlos einlösen es ist allerdings so das sage ich in jedem video ich würde mir nie amazon prime kostenlos oder holen nur wegen den belohnungen sondern ich brauche das auch für meinen job etc pp selbstständig und so weiter und so fort da hilft mir das schon weil ich auch viel darüber für mein unternehmen und so weiter bestelle aber wenn man es mal hat dann ist es schon ganz nett sich diese gesamten sachen mitzunehmen und es gibt dafür relativ viele spiele ja sachen wie ihr eben gesehen habt dazu noch als tipp es gibt wenn ihr das länger nicht gemacht habt ich weiß nicht wie lange da die spannung dazwischen sein muss aber ihr könnt euch immer einen kostenlosen probemonat holen captain cracker gibt es jetzt noch bis zum 27 februar also bis morgen normalerweise wechselt dieses angebot abends gegen 18 uhr heißt wenn ihr jetzt in solchen kostenlosen probemonat abschließt eure konten verknüpft können ihr euch jetzt captain cracker einsammeln und dann morgen oder je nachdem wann ihr dieses video guckt die belohnung die es dann für märz gibt auch noch kostenlos obendrauf also quasi zwei fliegen mit einer klappe kann hier auch so ein häkchen antickern wo man dann immer über neueste promos aktiviert wird aber ganz im ernst who the fucks likes spam emails ihr seht dann hier den süßen captain cracker das war tatsächlich mal ein shop pad konnte man damals kaufen für zehn euro wie ihr auch seht der loot kann sich auf eure schulter setzen dafür müsstet ihr ins tag nehmen und slash pfeifen im chat eingeben lässt sich mit pepe kombinieren er hat einen kleinen piraten hut auf etc pp also er ist schon ziemlich ziemlich süß ist jetzt keine loot karte oder sonst irgendwas aber man weiß halt nicht wann man diesen captain cracker dann jetzt wieder bekommt im shop ist er nicht mehr erhältlich seit längerem das war jetzt erst einmal dass er wieder da ist gut möglich dass er dann beispielsweise in den handelsposten kommt aber auch da kann man jetzt nicht voraussagen wann wie wo und weshalb ist das shop wieder verfügbar und ihr seht hier bis 17 uhr 30 müsste das ding dann im shop oder über twitch prime verfügbar sein hier ist auch noch mal eine anleitung wie er das alles verknüpft und dann sollte es ab dienstag 18 uhr rum die nächste belohnung geben da geht es dann weiter mal gucken ich hoffe es wird mal wieder ein mount meistens wechsel blizzard ja da ziemlich ab gibt man es ist immer nett wenn man die da kostenlos drüber sammeln kann treibt den counter für diesen mount sammelerfolg immer ganz gut in die höhe ohne dass man was dafür tun muss aber gut ich schweife von thema ab damit gehe ich wieder ins bett und ruhe mich ich bedanke mich bei euch fürs zusehen wünsche euch einen besseren start in die woche als ich ihn wahrscheinlich haben werde und damit wenn ihr mich supporten wollt gerne ein abo auf dem kanal und like auf dem video da lassen bis zum nächsten video habt eine gute zeit und reingehauen